Moin Leute was geht und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video Wir spielen Minecraft mit meiner wunderschönen Freundin und dem hässlichen Tyler Alles klar Digga Gubel So wie man hier unschwer erkennen kann, habe ich schon Fresskeulen verloren, weil wir gerade da unten im Wasser gespawnt wurden Ja, direkt Schaden kassiert, fast gefühlt schon direkt tot gewesen Sind in einem Sumpfgebiet gespawnt und wir fangen jetzt erstmal hier auch schön an, Heuls abzubauen Ich weiß nicht, wollen wir die Karte schon aktivieren oder wollen wir es erstmal noch lassen? Ich habe sie jetzt aktiviert Ah ok, dann aktiviere ich sie auch Ja, oben rechts in der Ecke sind wir ok Es kann halt jetzt alles auf uns zukommen, ne? Es kann ja sein, dass wir alles jetzt finden, aber ich habe halt keine Ahnung Lass mal Hexenhaus suchen, weil die sind doch immer im Sumpfgebiet oder nicht? Ey, meistens ja Also was heißt meistens, die sind Es gibt eigentlich kein Hexenhaus, was nicht im Sumpfgebiet ist Aber ich glaube, die sind so selten geworden, die Dinger Und ich bin der Meinung, dass die auch sehr oft im Wasser so standen Aber ich bin mir da nicht so sicher Leute, ihr wisst ja auch von meinen ganzen anderen Videos so, dass ich die Videos nicht schneiden werde Aber in Minecraft werde ich sie tatsächlich anfangen zu schneiden Ähm Ja, weil sonst, wenn man Minecraft aufnimmt, sind die einfach zu lang Ja, weiß jetzt tatsächlich auch nicht, ob ich das jetzt während Horizon Zero Dawn gerade noch hochlädt Äh Hochladen werde, oder ob ich das einfach aufnehmen werde, wenn äh Horizon Zero Dawn vorbei ist Die Karte kommt immer in die Zweitern, das ist einmal das geilste, was es gibt So Dann gehe ich schon mal irgendwie auf die Suche nach Eisen oder so Das wäre natürlich direkt cool, das am Anfang zu finden Oder Kohle wäre auch nice Weil es wäre richtig nice, wenn ich jetzt schon Eisen finde, ne? Und Kohle, ach Digga, perfekt, hier unten ist direkt Wasser Ja, hier ist direkt Wasser Scheiße, ich muss rein da Das ist dumm Erstmal sie zubauen Hier rechts rein Nice, das ist stark Weil wenn wir jetzt nämlich, wenn ich jetzt nämlich Eisen finde, hier unten Äh, können wir uns ne Schere machen Dann kriegen wir mehr durch, äh Mehr, mehr, durch mehr Schafe Also mehr Wolle durch Schafe What the fuck, was war das für ein Deutsch? Und ich Warte Mal was gucken Wer ist das jetzt eigentlich wer? Wer ist das da oben? Ich sehe aus, ich sehe aus die Weise, Hornis Ja, ich Ja, unten Ere grünes Okay, grünes Also Dings Ich klei schon mal das erste Schaf Ja, Digga, Kupfer, Digga Fick deine Ich hab schon mal Wolle Aber auch nur ein, leider Gottes Deswegen wär halt ne Deswegen wär halt richtig nice So ne kleine, äh Also mach mir gleich direkt auf Stein So zwei Hab ich schon Aber vorne ist Pils Zwei Eisen Zwei Eisen wär richtig geil Ja, Digga, das Ding ist In der Höhle hab ich grad kein Eisen gefunden Aber, oh mein Gott Da hinten ist ein roter Pilz Oh, hier sind drei rote Pilze Und helle Achso, du meinst es die Ja Ach da, oh mein Gott Hallo Schweini Ah, hier ist hellblau Ich würde ein hellblaues Bett Wild, wild Ich baue mal die Kürbisse ab Ich würde halt schon mal direkt Pilze mitnehmen Können wir uns was zu essen machen aus Schüsseln und äh Also ihr habt hier 16 Kohle Uh, stark Wäre für den Anfang sehr nice Hoffentlich findest du noch irgendwie Eisen Das wär auch richtig geil Naja, das wär geil jetzt Das wär geil jetzt Ich grab mich glaub ich auch gleich nochmal Oh mein Gott Ich muss halt schon was essen, Digga Ey, ich hab immer noch keine Kohle verloren Ich hab viereinhalb schon verloren Ich hab grad nur eine verloren Ach 17 Eisen Ey, 17 Kohle sogar 17 Eisen wär so geil, Digga Jetzt grad direkt am Anfang Was der GHG hat schon das Game durchgezockt in der Zeit, Digga Ist auch so, was Minecraft angeht Ist eher auch so absolut mein Mein Favorites, äh, YouTuber war YouTuber, Streamer, whatever Man kann ja jetzt alles bezeichnen Mein Favorite Influencer, so Aber ich würd sagen, dass wir nicht in die Richtung gehen, Babe Sondern in die andere Richtung Weil, äh, wir nämlich Im Dingsten sind Äh, aus Out of, Out of Carta, so Oh, ne, das kann ich nicht machen, Digga Ah, ich lad Ja, ich lad mich nochmal runter Wollde ich grad sagen, Digga, was Äh, ich geh doch nochmal runter Und guck nochmal nach Eisen, ob schnell Vielleicht find ich ja Ich hab die halt auch schon runter bauen und gucken, ne Problem ist so, ich hab halt keine Kohle, um mir Fackeln zu machen Ey, Tyler, gib mal irgendwie, please Zwei, äh, zwei Code oder so Nämlich acht Fackeln, das reicht dann erstmal Ich komm, Roll Der wird so gegenseitig auf uns zugeschwommen kommen Vielleicht, äh, vielleicht ist der hinten Der Höhle auch noch irgendwie Ja, da wollte ich grad auch, äh Gucken nach Eisen Hab ich grad deinen Satz beendet, Digga Obwohl ich grad eigentlich was anderes sagen wollte Oh, das ist korrekt, ey, ja, Kuss So, äh Ja, perfekt, dann kann ich eigentlich gleich hier Ich hab grad nämlich scharfer gesehen So, klar, eigentlich meinte ich ja grad, äh, nicht umbringen Aber wir brauchen halt auch langsam essen So ein schwarzes Vielleicht finden wir auch nochmal Vielleicht finden wir auch nochmal irgendwie Oh mein Gott, sah das grad falsch aus Ey Warum geh ich denn das Baby-Scharf, was hat das denn jetzt getan Ja, was da grad falsch ist Äh, das Baby-Scharf hat grad einfach dem, äh, äh, schwarzen Schaf, was daneben stand einfach am Arschloch gerochen Ja, schön Mach ich auch regelmäßig in meiner Freizeit So, also ich hab schon mal Ein, äh, Sch-Hammelfleisch Eigentlich geh ich keine Schweinerwege Da ging's denn deinem Internet Ich kann mich grad hier um, äh, äh, essen Oh, ich nehm auch direkt hier, äh, Zuckerraum mit Äh, ich hab ne Höhle, Digga Ha, 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 ha Oh, das ist Gold 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 Auch Eisen, Kohle Auf welcher Höhe bist du denn? Okay, hier sind aber sehr viele Spinnenskelette, Digga Aber wir sind... Und Slime Ja, doch, da ist Eisen Na nice Hier ist ein richtig fetter Berg, Leute Also entweder können wir da jetzt runter gleich Und versuchen die zu killen, oder? Inbär, du läufst grad wieder out of Map Ist ja halt schon nice, wenn wir in der Map bleiben Damit wir sehen, wo wir hingehen Wo bist du? Ach, du bist ja hier bei mir Ja, ich bin über dir Tyler, äh, wie viel Eisen hast du? Nix, das ist ja alles unten Ah Achso Lass mal, lass mal Richtung zu ihr Du müssen so auf wie viel Marken passieren Das hier auf jeden Fall schon mal Ja, safe, safe Wenn wir den nicht sowieso wieder finden Mein Gott, wie der scheiß Kies, Alter Was, ähm, wer braucht eigentlich Essen? Äh, ich auf jeden Fall Ja, ich hab grad noch 5 Ich hatte noch 2 Kohle Aber ich wollte die 2 Kohle, dass ich nur noch 4 Dings dann ausgeben Also hier ist auf jeden Fall auch glaub ich irgendwo eine Höhle Ah, da ist noch mehr Kohle Die sind da nicht im Sumpfgebiet? Nee, ich glaub das ist zu Ah, das ist wirklich zu Dingsen Zu niedrig das Wasser Äh, zu hoch das Wie, wie, wie nennt man das? Ah ja, bei mir ist das Wenn das Wasser nur einen Block tief ist, wie nennt man das? Ist das tief oder hoch? Naja, hoch Weil hier können keine Ertrunkenen spawnen Ah, da hinten bist du wahrscheinlich Auf dem Berg Da sind ganz viele Sonnenblumen Was hab ich eigentlich für eine Wolle? Oh, schwarze Wolle Das war ja wirklich schwarz Ich hab einmal schwarze Wolle und einmal eine graue Wolle Wenn wir die zu weiß machen, irgendwie Oder wie anderweitig irgendwie Farbe kriegen Wär's natürlich nice Weil es wird jetzt gerade Nacht Also ich hab blau und gelb Ich hab blau und gelb Scheiße Also ich würde auf jeden Fall Oh, da Da ist noch ein Schaf Was ist für ein Schaf? Oh, da sind sogar zwei Sehr stark Ein weißes Das heißt, da hab ich schon mal drei weiße Wolle Ich habe Ich habe Ich habe Ja, keine Ahnung Ja, keine Ahnung Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich zu dir komme Ich hab noch ein Schaf gefunden So, ich hab drei äh Ja, das ging jetzt ab Oh mein Gott, wir müssen das By the way Das ist doch einfach gestellt Friendly Fire Hab ich doch eigentlich ausgemacht Ja, aber ich Lauf einfach Richtung Richtung Map Dass du wieder in der Map drin bist Weil im Wasser sind wir eigentlich auch sicher Fürs Erste Ja, ich bin in der Map wieder Hä, entweder bin ich verblödet oder verbödet Ah, da hinten Ne, das ist Tyler Creeper, komm Creeper, Creeper Kohle Natürlich auch immer schön Kohle mitnehmen Ach, du kleine Horn Ach, das klingt von der Erde Wer braucht Essen? Wer braucht Essen? Ich Ich kann nicht mehr rennen Komm her, komm her, komm her Wie viel brauchst du? Zwei wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht Irgendwie viel Geteilt, der ist frisst Äpfel, ist auch okay Nee, ich hätte wieder bald einen Flaschen gissen Also wir können Eigentlich Ja, lass einfach ins Wasser gehen Im Wasser sind wir auch nicht sicher Weil du müsst dann zu und schwimmen Ist glätt unten Im Wasser Oben auch Ach, Digger Wir gehen auf diese Mini Oder er Ah, nee, der wurde gerade direkt In der Spinn gespawnt Aber wir können Wir können ertrunken sein Nein, nein, hier nicht Das Wasser ist zu hoch Zu tief meinst du? Ach, keine Ahnung, Mann Ich weiß so selber nicht, was ich mein By the way, Leute Ich baue hier gerade ne Dings, ne? Äh Eine kleine Plattform Äh, es kommen Es kommen Zwei Zombies Ja, Digger Aber junger Wir laufen jetzt einfach hinterher Du Achtung Ach ne, ich bin auch noch Also es kann natürlich auch sein Dass sie jetzt nicht zu uns kommen Alter, ihr läuft ganze darum Wo ich gerade was bauen möchte Gib mir mal die Wolle Was ist jetzt welche Farbe? Der Geld ist gerade einfach runter gegangen Weiß Ich hab äh, vier Sonnenblumen Und Ah, gib mir mal Sonnenblumen Und Ah, gib mir mal Sonnenblumen Ah, gib mir mal Sonnenblumen Hab ich doch Hab ich doch Ja, Tadati Ich hab die aufgesammelt Jetzt hat sie die aufgesammelt Ich kann auspassen, Digga Oh, jetzt gehe ich wie unter Hey Alles gut, das ist zweit weg Ne, das mache ich jetzt gerade selber Bevor ich gleich wieder die falsche Wolle aussehen herstelle So, zack Gelbe Wolle Noch zwei, zack Und ich direkt hier So Dann mache ich einmal Diesen hier Gelbes Bett Oh, jetzt hier soll ich das Bett vielleicht auch fertig bauen, ne? So, weißes Bett Geht euch schon hin, wenn ihr könnt Aber kann nicht Welches Monster ziehen dann hier? Wo? Ja, ich kann Ja, doch, wir können Ich auch Ja, moin, Alter Sie sind genau so nah dran, dass du mit Staaten gehen kannst So, jetzt gehe ich einmal schnell zurück Legt euch wieder hin, legt euch wieder hin Digga, welcher Hochsohn ist denn hier in der Nähe? Ne, ne, solche Knappflussbrücke wollte ich halt nicht mehr benutzen in meinen Videos Er wird sich glaube ich auch nicht lange halten Oh, die Spinne macht Auge Ähh, Digga Lass sie ficken Perfekt Du hast, Leute unter uns sind doch ertrunkene Ähh, Digga Wo kommen die denn jetzt her? Ja, hoi Ah, sorry Du hast mich grad zweimal geschlagen, Wichser Zweimal? Hä? Hä? Ja, ich hab Friendly Fire noch nicht aus, ich hab Friendly Fire noch nicht ausgemacht Ey, Digga, jetzt muss ich hier mal rumgehen Damit ich schlafen gehen kann Egal, erste Nacht Dann wir durch Überleb Hä? Ähh Perfekt Oh mein Gott So, ich würde sagen, Betten abbauen und mitnehmen Ich werde grad mein weißes Bett aufgenommen Oh, der ist wieder untergegangen Ja, macht einfach so, dass jeder ein Bett hat Also mir ist dann scheißegal, welches Bett ich hab so Auf sich hab ein Bett Ja, dann nehme ich einfach den Ofen mit Das wird eh wieder von dem anderen aufgehoben Das sag ich ja Ne, doch nicht Oh, meine Werkbank Warte, no, ach Digga Sag das doch, dass du baust, Mann, verdammt Ey, ich hab grad mein extra Wien ins Inventar gemacht, Junge So, kannst Ey, wartet kurz Das war so klar Kannst du mir bitte mein Dings wieder gehen Ehh Welcher Hund hat grad eigentlich alle seine Sachen, die er nicht brauchen, ins Wasser geworfen Nichts Er hat nichts aufgehoben Ey, Creeper Digga Geil, der ist im Wasser, der macht den Schaden Aber, Leute, komm mal zusammen Ich würde sagen, wir machen, wir beenden den Part jetzt Hä? Sind zwar erst 17 Minuten dabei, aber Hä? Wir haben nichts erreicht Ja, doch, wir haben die erste Nacht Der rennt doch nicht weg, hallo, komm zusammen Haha Ah Mit solch Leuten nehm ich auf, ich könnte ausfassen Mit Spaß Äh, so Leute Jemand uns schwer erkennen kann Ach komm, wir lassen es einfach Äh, beende ich jetzt diesen Part Nächsten Part gehen wir erstmal schön auf die Suche nach einem Dorf Ich hoffe, wir finden Wir finden Wir finden relativ schnell was Wenn euch dieser Part gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da Hühnchen Abonniert auf jeden Fall den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt Aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos Und ja, Hühnchen, perfekt Ähm, und dann wünsche ich doch einen schönen, angenehmen Tag Doch! Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao Ciao, ciao